So meine Freunde, weil ihr die letzten Tage echt fleißig wart und eure PSN-Karten tatsächlich wirklich zum Großteil jetzt mittlerweile über meine Partnerseite eneva.com runtergeladen bzw. gekauft habt, haben wir etwas Schönes für euch. Und zwar verschenken wir 3x 5 Euro Geschenkkarten, die werden euch um die Ohren gescheppert. Haha! Ihr braucht dafür nichts weiter tun, ihr braucht auch nichts kaufen, das ist einfach nur ein kleines Dankeschön von uns. Ihr habt hier ein paar verschiedene Möglichkeiten, die ihr machen könnt. Irgendwie Discord join, ihr könnt mir bei Instagram folgen, ihr könnt eneva Games bei Instagram folgen, wie ihr das möchtet. Das ist alles kostenfrei, nichts davon kostet euch einen Cent. Insgesamt, wenn ihr alle 10 Schritte macht, kostet das glaube ich so 2,5 Minuten vielleicht. Und ihr bekommt für jeden einzelnen Schritt 10 Lose sozusagen. Und jedes Los kann eine der 5 Karten gewinnen, das Ganze geht noch 22 Tage. Das heißt, wenn ihr jetzt vielleicht gerade kein Geld habt, aber demnächst vielleicht eine 5 Euro PSN-Karte gewinnen wollt, einfach mal gucken, was ihr Schönes hier machen könnt und ihr werdet die Optionen dann haben. In 22 Tagen wird der Gewinner bekannt gegeben. In 22 Tagen wird der Gewinner bekannt gegeben. Was für eine geile Waffe, Leute. Ihr werdet richtig Spaß am Gameplay gerade haben, beziehungsweise was ihr gleich seht. Und bevor wir damit losstarten, wollte ich euch gerne das Klassen-Setup zeigen, wie ich das jetzt gespielt habe. Ihr könnt gerne einen Screenshot machen, falls ihr das irgendwie für euch nutzen wollt oder so. Es gibt zwei Optionen, wie ihr die Peacekeeper spielen könnt. Die erste Option ist definitiv so wie hier. Kugel, Weste und Totenstille. Dazu das Com-Set-Gerät, wenn ihr auf die Streaks spielen wollt. Nehmt dann den Griff dazu mit, dass ihr, eigentlich braucht ihr ihn nicht, aber vielleicht noch ein bisschen mehr Präzision habt. Das Hybrid-Magazin, den Schaft und Schnellfeuer dazu. Wenn ihr ein bisschen mehr rushen wollt damit, dann kann ich euch empfehlen, spielt die Peacekeeper mit Totenstille, Gang-Ho und Plünderer. Dazu Stim-Injection. Und dann nehmt ihr noch das LV oder Reflex-Visier mit. Schnellziehen, Schaft und Schnellfeuer. Absolut geile Klassen-Setups und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video jetzt. So Freunde, neuer Versuch mit der Peacekeeper. Diesmal auf Slums. Wir zählen mal runter. Drei, zwei, eins und go. Ich hoffe, dass es diesmal besser wird. Ich habe vor zwei Runden die 42er Nuke Gunstreak erreicht. Ich hätte locker 50 schaffen können. Aber vielen, vielen Dank an Activision. Vielen, vielen Dank. Ich hatte ein Blue Screen und das ganze Game war für den Arsch. Blue Screen, egal, du lief nicht. Dieser Sound von dieser Waffe ist unglaublich. Deshalb, neuer Versuch jetzt, entweder 70 Kills oder die Nuke. Ich nehme beides im Prinzip. Oh mein Gott. Leute, ohne Witz, die Peacekeeper. Ich spiele sie mit Schaft. Schnellfeuer, schnell Magazin. Und es ist absolut der Hammer. Ich habe noch Griff drauf und dazu Totenstille. Und was haben wir noch? Äh, Taktikmaske. Die hilft nämlich gegen die scheiß Taschenlampe mittlerweile. Ich persönlich muss euch ganz ehrlich sagen, fuck. Ich persönlich brauche kein Visier auf der Waffe. Aber die Peacekeeper, sie sieht genauso aus wie in Black Ops 3. Sie fühlt sich genauso an wie in Black Ops 3. Ich habe um, also ich will, seit zwei Stunden spiele ich jetzt damit. Und ich habe so einen Spaß. Es ist Hammer. Es ist richtig Hammer. Ich kann euch nur sagen, wenn ihr sie zieht, Leute. Sie ist vielleicht nicht die stärkste Waffe im Game. Aber definitiv meine Lieblingswaffe zum Zocken. Ich habe die ganze Zeit auf eine Sturmgewehr gewartet, die ähnlich wie die Maddox ist, wo die Handhabung gut ist, die trotzdem Schaden macht. Und mit dieser Waffe macht es einfach Spaß. Es fühlt sich an wie eine MP. Es klingt wie ein LMG. Und es schießt wie ein Sturmgewehr. Das Visier ist gewöhnungsbedürftig. Ihr habt die Option für Reflex und LV. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr da ein paar Probleme mit habt. Ich kann euch aber nur sagen, wenn ihr euch ein bisschen an das, wie ihr sie gewöhnt habt, dann könnt ihr spielen. Und diese Waffe hat, sieht ganz gut aus gerade, diese Waffe hat alle Aufsätze, die ihr braucht. Ihr habt Griff, ihr habt doppelt schnell ziehen, ihr habt doppelt Schaft, ihr habt Hybridmagazine, ihr habt einen Schalldämpfer, ihr habt Schnellfeuer. Ihr könnt im Prinzip so viele Klassen hiervon spielen. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, Hybridmagazin, wichtigster Aufsatz, zusammen mit Schaft. Und danach könnt ihr gucken, was ihr wollt. Ihr könnt auch Staphy spielen mit Schalldämpfer. Es ist absolut in Ordnung. Das sieht ganz gut aus hier gerade. Die Lobby-Set gestern sind absolut verschwitzt, wirklich, oder seit dem Update eher. Und ich habe noch etwas für euch, das ist unglaublich, und zwar in Nordamerika, Leute. In Nordamerika haben Random Spieler, Tausende, 1100 COD-Points, gnadenlos, von Activision geschenkt bekommen. Unglaublich eigentlich. Activision verschenkt an Spieler in Nordamerika als Dankeschön dafür, dass sie Black Ops 4 spielen. Den rechten schnappe ich mir. 1100 COD-Points, womit die sich Kisten und sonst was kaufen sollen. Ohne Witz, Leute. Nur in Nordamerika aktuell. Es kann durchaus sein, dass es noch mehr Spieler gibt, die jetzt demnächst noch etwas bekommen. Aber wie frech ist das bitte? Dafür, dass sie COD spielen? Ich habe locker 20 Spieltage in diesem Game. Wo sind meine COD-Points? Einige von euch haben den Season Pass gekauft und kaufen sich im Schwarzmarkt Sachen. Wo ist das Dankeschön für die Leute? Die Leute, die mit dem schwarzen Markt übers Ohr gehauen worden sind. Wo ist deren Entschädigung? Nein, Activision hat sich entschieden, dass nur Nordamerika-Spieler die COD-Points bekommen. Natürlich ist da wieder ein Geschäftsmodell hinter, eins der erbärmlichsten, was ich jemals gesehen habe. Nice. Nein. Von der Seite. Er heißt Love Your Mom. Oh weia. Oh weia. Mit der ekelhaftesten Waffe und den ekelhaftesten Aufsätzen. Ah, fuck. Das war ein richtig schönes Streak gerade. Dann machen wir jetzt die 70-Kill-Zeit. Immer noch möglich. Richtig heftig auf jeden Fall, Leute. Die kriegen einfach 1100 COD-Points geschenkt und brauchen nichts dafür, gar nichts. Kriegen sie einfach als Danke dafür, dass sie spielen. Was für ein Schwachsinn ist das bitte? Das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Es ist eine absolute Frechheit. Dafür, dass sie spielen, bekommen sie COD-Points. Andere bekommen das nicht. Das ist absolute Benachteiligung von Leuten, die nicht in Nordamerika sind. Und wenn das irgendwas mit Kompensationen zu tun hat, weil die Nordamerika oder ich glaube Südamerika, ich weiß es gar nicht, in den letzten Wochen Probleme hatten, Blackout-Modi zu spielen, dann muss ich ganz ehrlich sagen, es ist doch aber nicht unser Problem. Ihr könnt doch nicht einfach COD-Points verschenken an irgendwelche random Leute und damit die Community verarschen. Ich persönlich fühle mich komplett verarscht. Ich könnte nicht mehr drauf scheißen, um ehrlich zu sein, als 1100 Punkte von denen geschenkt zu bekommen, um mir 11 Kisten zu holen, wovon ich 3x3 Doppelte habe. Aber wenn ihr sie verschenkt, verschenkt sie an alle. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, Leute, das ist jetzt auch ein Aufruf an euch seitens, äh, gegenüber Activision. Es wird Zeit, dass wir was machen. Es reicht doch, dass wir uns dermaßen verarschen lassen. Einer. Schon wieder gnadenlos. Ah, es wäre so den Nuke geworden. Aber es sieht ganz gut aus. Wir machen hier richtig viele Kills. Die Waffe ist absolut geil. An dieser Stelle auch vielen, vielen Dank an den guten Ostner, der mir seinen Account da zur Verfügung gestellt hat. Ich habe wirklich Spaß damit. Ein paar Level habe ich für ihn auch noch geschafft. 55 Kills haben wir. Wir können 15 Stück, 19, ja, wir können 70 schaffen. Wir können 70 schaffen. Wenn ihr irgendwie vielleicht noch ein bisschen Blackout gucken wollt, was ihr bei mir sehr wenig seht, tut mir den Gefallen und zeigt dem Ostner ein bisschen Liebe. Er hat aktuell, glaube ich, 190 Abonnenten. Da können wir doch mit Sicherheit 191 draus machen. Also geht mal auf seinen Kanal. Natürlich der allererste Link in der Beschreibung. Vielen, vielen Dank nochmal, dass ich deinen Account haben durfte. Ich persönlich habe die Peacekeeper ja nicht. Ich habe bisher noch gar nichts gezogen, weil ich noch nicht Level 25 bin. Raus aus dem Headlitch. Aber wenn ihr so nett seid, wirklich, ihr seid ne Geile gekommen, geht mal rauf. Lasst ihm auf dem letzten Video ein Like. Wenn ihr das macht, so viele Aufgaben heute, könnt ihr auch gleich ein Video bei mir beziehungsweise ein Like auf dem hier lassen. Alter, diese Waffe ist so geil. Es ist reine Zerstörung. Ich brauche noch einen Kill. Ich glaube, einen Kill brauche ich noch. Ich will jetzt nicht gucken. Ich gucke gleich einfach. Da ist einer. Na, na komm. Nein, 64,3. Ah, Ich hätte gerne die 70 geschafft, die Nuke aber auch. Leider hat die Elgato nicht ganz gemacht, was ich wollte davor. Aber ihr seht, die Waffe ist absolut heftig. Und das mit Activision, Leute, schreibt den mal bei Twitter an, schreibt die bei Instagram an, macht irgendwas. Ich habe echt die Schnauze voll, verarscht zu werden, um ehrlich zu sein. 1100 COD Points. Oh mein Gott, er wurde gemeldet, der Typ. 1100 COD Points dafür, dass man in Nordamerika wohnt. Einfach nur so und wir kriegen gar nichts. Absolute Verarsche. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich bin raus. Wir sehen uns morgen. Haut rein.